Also ich heiße Viktoria Theresa Priya und der dritte Name ist eben der indische Name, sozusagen ich bin aus Indien, in Indien geboren und bin aber adoptiert worden, das heißt ich habe österreichische Eltern. Wenn mich wer fragt, wo ich herkomme, habe ich immer Probleme, weil als erstes sage ich immer gleich Hollabrunn und nicht und dann fragen die Leute halt nach, weil sie eigentlich wissen, woher ich ursprünglich komme und aber an sowas denke ich überhaupt nicht. Ich habe sozusagen keine Erinnerungen in Indien und da bin ich aufgewachsen in Österreich, da sind meine Familie, meine Freunde und somit. Also vor zwei Jahren ungefähr war ich mit meiner Familie eher im Norden in Indien und es war ganz witzig, weil dann war man in so einem riesengroßen Einkaufscenter, so richtig wie Shopping City, Süd in Delhi und dann ist auf einmal wer hergekommen und wollte ein Foto machen, also so Teenager und die haben meine Mama halt gefragt, ob sie ein Foto machen will und sie hat zuerst gedacht, sie soll von ihnen ein Foto machen, dabei wollten sie sich mit ihr fotografieren lassen, weil die so weiße Leute halt überhaupt nicht, noch nicht gesehen haben und das ist halt ziemlich lustig. Also ich bin die Sansi, bin in der Mongolei geboren und mit fünf bin ich nach Österreich gekommen mit meiner Familie. Also wenn man fragt, ob ich mehr Österreicherin bin oder Mongolin, dann sage ich, dass ich zu 80 Prozent Österreicherin bin und zu 20 Prozent Mongolin. Zum Beispiel am meisten nervt, wenn mich jemand fragt, ob ich, also ob meine Mutter zum Beispiel einen Österreicher geheiratet hat und deswegen nach Österreich gekommen ist. Aber so im Alltag ist halt schon oft passiert, wenn ich in ein Geschäft gegangen bin, dass mich ein Verkäufer so von vornherein mit einem gebrochenen Deutsch angesprochen hat, weil er davon ausgegangen ist, dass ich nicht Deutsch kann. Und ich habe dann immer mit Absicht dann mit einem Infiltradialekt geantwortet und der hat dann, also entweder waren die dann überrascht und haben dann irgendwie gemeint, wow, du kannst eh schon so superdeutsch oder sie haben weiterhin gebrochen Deutsch gesprochen, weil die so geblendet waren von meinem asiatischen Aussehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020